Hey Leute, jetzt wird es aber höchste Zeit für meine dritte Serie beim großen Rocket-Finale 2021. Zehn Tage ist das schon her. Ich würde sagen, genug Abstand habe ich gewonnen. Die erste Serie lief ja richtig super, da bist du natürlich erstmal in so einem Hoch. Gar nicht so viele Spiele, aber richtig fette Spiele über 1000 Punkte. Und die zweite Serie war dann richtig ernüchternd, weil ich zwei sehr gute Spiele verloren habe, gegen entsprechend Presse, gegen Verteilung und im Nachhinein stellte sich auch raus, ich hatte Top-Spieler am Tisch, Eddie und Deni 2, der, wenn nicht die erfolgreichsten Turnierspieler der letzten Jahre, ja da passierte natürlich im Gegenspiel nichts, keine Fehler und deswegen habe ich diese beiden schönen Spiele chancenlos verloren, war am Ende mit fast 500 ja noch einigermaßen gut bedient und jetzt heißt es so ein bisschen hier wieder sich fangen. Und hier gleich im ersten Spiel habe ich gleich in der Eröffnung jetzt hier die Entscheidung, was hat mein Partner gemacht, ich habe hier drei Trumpfe, du hast ja hier maskierte Spieler, du weißt es noch nicht so genau, gerade am Anfang der Serie. Ich habe mir gedacht, der hat vielleicht wirklich mal blank aufgeschlagen, so oft gesehen, dass man dann mit dem Ass rausnimmt, Dame nach, da wird gestochen und dann kommt man so auf 50 hin. Er kann ja mal blank gespielt haben, obwohl es natürlich heißt, nicht auf den Partner schneiden, habe ich auch schon mal gehört und hier geht es dann auch gleich schief. Also unser Partner hatte nicht blank aufgeschlagen, sondern lang, ja und das kann dann natürlich schon hier entscheidend sein. Wo wir, was wir hier sehen ist, Alleinspieler hat nur den einen Kreuz gehabt und ansonsten nur Herz und wo er hier über die Dörfer geht, ist klar, er hat den 5-Trümpfer nur mit 4 Hertz dabei, kriegt aber halt hier jetzt die Karo 10 noch zu beißen und deswegen gewinnt er das Spiel mit 66. Und ja, klar, da kann man also sehen, hier wäre es deutlich cooler gewesen, den ersten Kreuz nicht zu schnippeln, sondern mitnehmen, zurückschieben. Ich glaube, er wäre einfach hier auch wie jetzt gesehen zu kurz gekommen, hatte glaube ich keine besseren Optionen. Also so gut war das Spiel nicht, aber davon ab, wir schauen uns das zweite Spiel an. Auch hier wunderbar getroffen, du hast, das sind so die kleinen Nittlichkeiten, wo du so denkst, na gut, eigentlich ist ja die Herd 7 hier die logische Eröffnung. Aber es sieht schon wieder gleich dusselig aus, gleich dem Alleinspieler die 10 hochgespielt. Und ja, jetzt zeigt sich hier, okay, Leute, es ist ein 7-Trümpfer mit 4 und dieser bestellten hat 10 und noch Ass an der Seite. Also wir hätten hier nie irgendwas gewonnen und ob ich gegen den 7-Trümpfer mit 4 jetzt in Herz schnippel und wir deswegen da gerade rauskommen, auch zweifelhaft. Also eigentlich ist nichts passiert, aber das nagt ja dann so ein bisschen, dass die Entscheidungen irgendwie einfach gefühlt dusselig fallen. Jetzt übrigens hier gleich im dritten Spiel muss ich auch schon wieder auf Pikant gehen, muss ich über 24 gehen. Das ist natürlich jetzt schon auch wieder fast so ein erstes Schlüsselspiel hier in der Serie, denn so richtig tipptopp ist das Spiel natürlich nicht. Trotzdem glaube ich zu schlecht, äh zu schlecht, zu gut, um das jetzt ziehen zu lassen. So, was passiert? Karo 7, meine Traumkarte natürlich, natürlich nicht. Und ich lasse das jetzt mal wirklich so laufen, wie das auch hier, ähm, wie das jetzt hier auch am Tisch gelaufen ist. Also die Überlegungspausen bekommt ja 1a mit, ich werde hier wenig unterbrechen hoffentlich. Mal gucken, ob das klappt. Ja, und dann liegt da beim Handspiel erstmal Karo 7, König, ne? Und so trumpstark sind wir auch nicht. Also erstmal, äh, ganz schnell die Herz 9, bloß nichts anmerken lassen. Mal gucken, was jetzt passiert. Den nächsten Karo stechen wir natürlich. Die Vollen sitzen, na, vielleicht steht Karo 4, 3, 3, 3, vielleicht liegt einer, der Volle dahinter. Jedenfalls Spieler 2, ich glaube, der hat jetzt noch die bestellte Karo 10, die will er nicht anbieten. Also jetzt noch die blanke Karo 10, aber wie auch immer, was heißt das für mich? Kreuz 9, ja, ist der jetzt blank, ist der aus dem Drilling, muss ich jetzt oben unten ziehen. Oben unten ist super hässlich natürlich in diesem Szenario, da mache ich mich komplett nackig. Wenn dann die vier Trümpfe stehen, dann kann mir danach alles in Karo abgestochen werden. Ja, und doch wäre es geiler gewesen, denn Trump steht gut und stattdessen hackt da mir Spieler 2 jetzt hier die Kreuz 10 raus. Ja, und jetzt muss ich natürlich auf ein Wunderhoffen in Herz. Herz hinter mir, gar kein Herz. Herz Ass muss schlafen, sonst können wir nicht gewinnen. Trumpf König ist schon mal im Stock. Und Herz Ass ist im Stock. Trumpf König und Herz Ass, ja gut, dann können wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Aber ist ganz schön, ja, mit ein bisschen Angstschweiß verbunden gewesen, dieser erste Erfolg. Und jetzt sitzen wir hier auch gleich wieder und schauen auf so ein Gemüse, dass wir ganz erschöpft von diesem anstrengenden Vortrag uns hier wieder ein Gegenspiel zu Gemüte führen können. So, ich habe einsichtigen Stich mitgenommen. Mein Partner geht trotzdem rüber mit Pikbuben. Weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. 19 Augen jetzt liegen bei uns. 23, ja, auch nicht viel, ne? Auch nicht viel. Gucken wir mal, ob hier irgendwas geht. So, mein Partner hat auch die Trumpf 7. Ja, jetzt ist meine Trumpf 10 natürlich chancenlos weg. Also, mein Partner hätte vielleicht einmal tauchen können mit Chance, spielt dann der Alleinspieler danach noch ein weiteres Mal Trumpf von unten. Jetzt hat er ja wirklich keine Notwendigkeit. Gut, ich kann natürlich auch in dem ersten Stich die Trumpf 10 reinlegen, auf Verdacht. Aber mit dem Herzbuben über den Karobuben ist auch schon ein relativ logischer Zug. Wie auch immer, Pik steht hier 2-2. Wir haben also gerade mal einen Stich da in der Beikarte gemacht. Also, ich glaube, Schneider war auch mit zwei Trumpfstichen nicht zu vermeiden. Also, mit anderen Worten, Spieler 2, der tobt hier mit sehr schönen Spielen um die Ecke. Da war bisher nichts zu wollen. Minute 5, Spiel 5. Könnt ihr wirklich sehen, online geht das rasant. So, wir öffnen aus dem Drilling. Ganz klassisch. Erst wird rausgenommen. 7 Augen mitnehmen. Also, 5 Augen liegen da mit unserem Buben. 7 Augen. Sieht irgendwie doch noch ein bisschen mager aus. Ich denke, warte mal. Vielleicht kann mein Partner noch einen Trumpfstich machen. Ist offenbar nicht der Fall. Ja, eine unangenehme Entscheidung. Aber für Trumpf Ass gibt es hier keinen Platz in dem Spiel. Ich muss alle Farben zweifach bedienen hier. Also, ich kann nicht jetzt einen Blanken raus mitnehmen. Und einen Blanken spielen bringt auch nichts. Ich überlege, ob ich mitnehme und dann Trumpf zurückspiele. Aber letztlich lasse ich hier doch das Trumpf Ass brennen. Ich gebe meinem Partner die Chance, jetzt wenigstens einmal zu schmieren. So, und jetzt wissen wir, 6 Trümpfer. Pik Ass schon gesehen. Jetzt interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass Spieler 1 jetzt wirklich noch Pik hat. Ich wollte ja an sich nur die Karte klären. Denn, dass er mit den 3 Unterbauern mit Pik Ass, König, Dame, jetzt im ersten Stich direkt das Ass legt. Er wird jetzt noch Pik König haben. So ist es auch. Es ist doch auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Also, da macht er sich, eigentlich macht er sich auf. Wenn ich jetzt 4 Stück habe und hinten wird das Ass gestochen, dann kann er es leicht schaffen, sein gutes Spiel an die Wand zu fahren. Das Risiko war jedenfalls, glaube ich, höher, als hier zu schnippeln. Selbst wenn hinter ihm dann mal die blanke 10 steht, dann hätte er sonst wahrscheinlich dieses gute Spiel immer noch gewonnen. Aber, anyway, wir nehmen es erstmal zur Kenntnis. Spieler 1. 3 Bauern in Mittelhand, 6 Trümpfer, geht mit Ass, König, Dame, da erstmal gnadenlos mit dem Ass ran. So spielt halt dann doch jeder irgendwie ein bisschen anders. Ich kenne Leute, die schnippeln eher eine Runde zu viel. Ich kenne Leute, offenbar, die schnippeln eine Runde zu wenig. Und wer es immer richtig macht, ja, den kenne ich leider noch nicht. Das wäre ja auch noch schöner. Das geht nur mit Glaskarten. So, ich habe mal 3 Asse und eine 10. Aber die Reizung sagt mir schon, dass ich hier sehr, sehr gut beraten bin, die Füße weiter stillzuhalten. Joa, und da putzelt da wieder so ein Kragen raus. Drei Buben sind schon bei Vorhand angekommen. Ich denke mal, hier das Ass blankzustellen. Aha, 5 mal Herz. Also, kennen wir schon 8 Karten. Jetzt gibt es noch 2 Stiche. Theoretisch können natürlich in Karo und in Kreuz 21 fallen, aber in der Praxis passiert das nicht. So, ob er jetzt noch ein Kreuz oben hat, ist mir auch egal, denn gewinnen konnten wir nicht. Ein sehr, sehr schöner Kragen von Spieler 1. So, da kann man mal auf 5 volle 18 sagen. Das dritte Ass noch finden oder so, und dann hat man plötzlich hier einen Kragen ohne 4. Naja, aber auf 20. Wir wollen natürlich die Kirche im Dorf lassen. So dolle ist das dann auch nicht. Das sind so diese Versuchs 18. Wenn du sie bekommst, dann hast du gute Chancen auf einen Buben oder auf einen Ass im Stock. Wenn einer noch 20 sagt, dann wird das Risiko plötzlich sehr, sehr groß. Und da wird auch gleich wieder ein Gang losgemacht. Partner hat unter dem Ass ausgespielt. Okay, mit 10 König Dame gehst du natürlich nie mit der 10. Das ist logisch. Das ist ja sehr häufig dann auch mal blank ausgespielt. Aber in dem Fall, guck mal, auch wieder Kreuz von hier bis da. Wir haben gerade mal unsere 39 Augen bekommen. Also auch das wieder so ein Spiel ohne große Besonderheiten, Auffälligkeiten. So, jetzt bekommen wir es ja einmal bei 20. Und das ist ja typisch. Und ich war aber jetzt hier schon wirklich so ein bisschen dabei. Man muss schon überlegen, ob man da den Karohant spielt. Aber letztlich denke ich, irgendwann musst du auch mal hier gucken, wo der Ackermann den Most holt. Also reingeschaut, gut gefunden zum Kreuz, muss man ja sagen. Nicht zum Gang, aber gut gefunden zum Kreuz. Also hätte wirklich schlimmer kommen können. Ein Trumpf in Kreuz war schon ziemlich cool. Der zweite macht es jetzt natürlich zum sehr, sehr starken Spiel. Karo 10 blank. Also da hat sich auch bei meinen Spielen hier das Thema ganz schnell wieder erledigt. Ja, wir sind hier wirklich wie die Feuerwehr unterwegs. So, und jetzt haben wir doch hier auch mal ein schönes Ding. Drei Asse, zwei Zehner, ein Bube. Allerdings, es ist schon wieder ein Widerstandsnest aufgetaucht in Mittelhand. Das Spiel müssen wir jetzt natürlich ein bisschen treiben. Also, ja, das, so, wo kriegen wir es? Bei 33 und jetzt Herz sieben, Pik acht. Und was hat jetzt Spieler zwei? Hat der jetzt den Herz gereizt und sein Gebot noch gehalten? Oder hat der wirklich den Pik gereizt? Das kommt mir doch unwahrscheinlicher vor. Also wir haben wirklich schlecht gefunden. Wir haben nicht den fünften Trumpf gefunden. Wir haben keine offensichtliche Drückung und Spielansage. Ich denke mal jetzt den Viertrümpfer, den will man auch nicht spielen. Der Grang ist irgendwie schon geradliniger vorzutragen mit den Vollen. Aber wie drückst du den? Das kann alles sowas von verkehrt sein. Spieler zwei kann drei Bauern haben, lang Herz oder lang Pik. Sehr, sehr schwer vorherzusehen. Also das ist jetzt definitiv ein Schlüsselspiel. Wenn dir das jetzt dann umkippt, nachdem wir Beispiel acht erst zwei zu null stehen. Ich habe jetzt Pik zehn gedrückt. Ich habe gesagt, der hat vielleicht eher den Herz gereizt. Ich will jetzt Herz zehn machen. Und das gelingt hier übrigens, was erfreulich ist, auf 23 gleich. Schon natürlich ein Risiko, die bestellte zehn, das klappt. Ja, und jetzt mit den drei Assen sind wir schon irgendwo bei 56. Einfach hinziehen und auf zwei Bilder hoffen. Das finde ich jetzt nicht so erfolgsversprechend. Oder eine blanke Zehn geht natürlich auch. Aber ich denke, wir können einmal versuchen, erst mal zwei Buben zu eliminieren. Aber nein, oder zumindest ein Spieler Buben freizubekommen. Das ist da nach dem Stich jedenfalls gesetzt. In dem Fall, Spieler eins hatte nie einen Buben, aber jetzt hat Spieler zwei auch nur noch zwei Bauern. So, und jetzt zeigt sich, und ich gehe mal davon aus, ja, der hat tatsächlich den Pik gereizt. Er hat Pik mit zwei gereizt, hat den König zu dritt und die drei Bauern. Und Spieler eins hat dann offenbar unter seinem Herzass zu viert gespielt. Soweit liege ich jetzt also ganz gut im Rennen. Dieser Schnitt hier war sehr wichtig. Nicht, dass ich deswegen von Spieler zwei jetzt das Bild bekomme. Der steht ja immer noch in der Neun und König in Pik. Aber hier fällt jetzt natürlich die erste Lusche raus. Und es kommt jetzt hier gleich schon so ein bisschen auf die Luschen an. So, wir haben 23. Ich muss hier gerade mal ein bisschen in den Keller gehen und nachdenken. Ja, aber ich denke, hier führt kein Weg an Kreuz Ass jetzt vorbei. Erst mal gucken. Da müssen wir jetzt mindestens 15 bekommen. Spieler zwei spannt mich hier gerade ein bisschen auf die Folter. Ich meine, wenn da jetzt ein Ass hier sticht, dann ist natürlich Schicht im Schacht. Das ist sowieso klar. Aber eigentlich, wenn er ein Herz hat, guck mal, 38. Wenn er ein Herz hat, drei Bauern, drei Pik, dann hat er noch drei andere. Das eine war jetzt der Kreuz und dann hat er jetzt wahrscheinlich noch ein Karo, ein Kreuz oder zwei Karos. So oder so. Wenn ich jetzt hinziehe, kommen wir erst auf 60. Allerdings, das ist das Schöne, wenn wir auf Karo die beiden Luschen bekommen, sind jetzt halt nur noch Bilder unterwegs. Also Spieler eins muss mir jetzt hier das Bild geben. Das hatte ich eben überlegt, ob es sinnvoll ist, hier einfach hinzuziehen, ob ich dann gewinne. Ja, erst mal rechnerisch zwar nur 60, aber letztlich waren keine Luschen mehr unterwegs. Das hatte ich hier im Überblick. Und damit gewinne ich diesen Gang mit 63. Und das war schon ein heißes Eisen. Also jetzt stehe ich eigentlich in der Serie wieder ganz vernünftig. Nach neun Spielen 2,91, also fast den 100er Schnitt, den du willst und brauchst. Und das Ganze schon mit so zwei heißen Eisen hintereinander. Also erst mal eine gute Entscheidung aufzunehmen, die ja auch nicht ganz logisch war in dem Spiel davor. Jetzt eben den, ja, wie auch immer, irgendwie auf 63 ins Ziel gespielt. Alles soweit in Ordnung. Ja, und jetzt gucken, ob vielleicht hier irgendwann nochmal wieder der Knoten platzt und die Fahrt ein bisschen mehr nach vorne losgeht. So, mit dem Buben ans Spiel. Und dann Herz ist mir hier zu lang. Kreuz ist mir zu riskant mit der einfach bestellten Zehn. Also unterm Ass zu dritt. Hat ja auch gleich was geklärt. Den nächsten Trumpf, den lassen wir noch einmal unbeschwert. Aber mein Partner, der haut da einen rein und zieht das, äh, der haut einen rein. Der, ich hab keinen reingehauen. Der nimmt mit und zieht das Kreuz Ass. Und das Kreuz Ass, wo da eben Spieler 2 im Peak so wenig Augen gestochen hat, der kann ja nicht den blanken Kreuz haben. Der wäre ja sonst weggeflogen. Und eigentlich macht das auch keinen Sinn. Und, ah, also da habe ich mich eben nochmal wieder kurz erschrocken. Was für ein komischer, ähm, Vortrag von meinem Partner. Der hat die Trümpfe dagegen und zieht jetzt aus Kreuz Ass König direkt das Ass hin. Obwohl der Alleinspieler, äh, in Peak, glaube ich, vier Augen gestochen hat, ne? Also ich meine, ich hab jetzt ja die Kreuz 10, was günstig für uns ist. Aber die hätte ja auch der Alleinspieler haben können. Was mindestens genauso logisch gewesen wäre. Deswegen, ähm, super strange irgendwie von meinem Partner gespielt, finde ich. Aber das gibt's halt manchmal beim Skat. Ähm, du kannst noch so komisch spielen. Ähm, so, nochmal ganz kurz aufpassen. König, den wird er können, ne? Den wird er können. Ich glaube, da machen wir, einfach den Sack zumachen. Ich glaube, wir haben 45 liegen jetzt oder sowas. Einfach den Sack zumachen, ja. Jawohl. Oh, Glocke, ding, steht da oben. Stellt es euch vor. Also, wir haben mal ein Beat-Spiel. Wie gesagt, fand ich merkwürdig vorgetragen, aber am Ende hat's gepasst. Das Spiel war halt nicht so besonders dolle, ähm, Kreuz 8, 9 Dame an der Seite, blankes Ass. Und dann stehen halt vier Trumpf dagegen, ne? So, plus es wird gleich die Stechfarbe klein identifiziert. Dann ist es natürlich, ähm, schwer zu lösen, das Spiel. So, ich habe wieder nur einen Trumpf. Mal gucken. Und volle habe ich auch. Mal gucken. 15. 25. So, was machen wir jetzt? Wir könnten was anbieten, aber ich denke, ich mache den Zwischenzug Herzkönig. Ähm, das war, oh, guck mal, auch wieder lustig. Nicht mit gerechnet. An sich war der Herzkönig gedacht nach dem Motto, wenn der Alleinspiel noch im Herzass zu dritt steht oder irgendwie so. Wobei, pff, dann kann ich wahrscheinlich auch fast machen, was ich will. Auf jeden Fall, Herzkönig kann er natürlich, wenn er auf dem bestellten Ass steht, ist es auch fies für ihn, den zu tauchen, weil dann kann ich noch die Karodame bringen. Ähm, wie auch immer. Ich habe ins Herz gegriffen, er hat gestochen. Jetzt gucken wir mal, Trumpf 10 ist weg. Ähm, ich meine, wenn überhaupt, dann wird er natürlich noch Kreuzstich in der Abgabe haben, aber mein Partner müsste jetzt schon noch ein paar Trumpfstiche haben. Also der 7-Trümpfer sollte es jetzt idealerweise nicht sein. Oh. Das sieht aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, sieht das nicht so gut aus. Das Spiel ist hier wohl eine Nuance zu stark. Müssen wir neidlos anerkennen, ne? Ja. Das ist irgendwie so eine klassische Arbeitsliste, ne? Man reckt sich, man streckt sich. Material ist aber eben nicht so, dass es einfach so durchläuft, ne? Man muss schon irgendwie viel Geduld mitbringen, ähm, hat schon ein, zwei ein bisschen gewagte Spiele ins Ziel gezirkelt, soweit alles gut. Also wir stehen gar nicht schlecht dafür, aber letztlich, es fühlt sich doch irgendwie ein bisschen mühselig an, ne? Es gibt Listen, die einfach ganz, ja, wie geschnitten Brot laufen. Diese hier ist gefühlt wieder nicht so eine. Das kann sich natürlich auch jeden Moment ändern. Das ist ja auch klar. Karte hat bekanntlich kein Gedächtnis. Es ist einfach nur so bisher ganz schön häufig, dass auch wirklich nichts zu reizen und, ja, auch nicht allzu viel in den Gegenspielen zu bestellen ist, ne? Das fühlt sich dann manchmal eben auch nicht so gut an. Du bist nicht hier irgendwie am Kämpfen um den Sieg, sondern häufig geht es ja wirklich nur um Schneider frei. Sehr leichte Partien bisher für die Gegner. Das eine ist umgekippt. Gut. Das war es dann aber auch. So, Spieler 1 hoppelt ein bisschen ran und zurück. Kleine Netzwerk-Themen, Schluck auf und da ist jetzt die Kreuz 10 auch wieder eingesackt von Spieler 2. So, Partner ran gelassen. Ja, Trumpf 10, die nehmen wir natürlich. Hatte mir den König auch für einen möglichen Überstich noch aufbewahrt. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist aber jetzt doch auch kein gutes Spiel. Also, wenn Karo jetzt von unten kommt, würde ich sagen, das war irgendwie jetzt Aufgabe. Nimmt meinen Partner mit, obwohl der ja noch Karo haben muss. Und spielt ihn in den Trumpf zurück. Okay, dann macht er jetzt die Karo da mit. Das reicht ihm, ja. Das reicht ihm. Also, auch ein bisschen ausgebufft gespielt. Ja, das war jetzt natürlich auch kein schönes Spiel. Gut, wo ich hier auf der Karo 10 stehe, wenn er das Ass hat, dann haben wir natürlich keine Chance. Aber wenn er mal wieder nur so einen König zu dritt mitschleppt, dann war das für uns nicht so leicht, nicht so schwer zu schlagen. So, Hälfte ist schon um. Wie gesagt, bisher, wir können, wir müssen zufrieden sein. Außer ein etwas unglücklicher, unglückliche Aktion im Gegenspiel, im ersten Spiel ist alles hier ziemlich optimal gelaufen, würde ich sagen. So, da haben wir natürlich wohl wieder einen sehr schönen Gang mit Herz, Astin, Luscha in der Seite. Das ist natürlich, ja, ein bisschen dröge, ob wir da bei 15 Augen liegen noch diesen Königstich machen oder nicht. Also Spieler 2, der fährt hier ein bisschen Fahrstuhl auf und ab, aber kriegt auch wieder gute Anschlussspiele. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Spiel. Na, jawohl, Pikbube, das muss doch wohl jetzt zum Gang reizen. Reizen, reizen, reichen. 20 Reizen aus Mittelhand. Wir rechnen nochmal, natürlich gehen wir vier Stiche ab und wir haben auch kein Herz gedrückt, auch keinen vollen, aber zwei Bilder sind schon. Also der ist schon recht schwer zu verlieren. Ich glaube nicht, dass er komplett unverlierbar ist, denn du kannst natürlich an sich nicht den Buben auf Krawall ausspielen, auf Buben verteilt. Na, wir sehen hier, Buben sind verteilt, nur deswegen sticht der Kreuzbube zuerst. Aber das ist natürlich auch so absolut in unserem Sinne. Aber wo kein Herz gedrückt ist, kann man hier natürlich nicht Buben ausspielen. Das wäre ein komplettes Wabonspiel. So haben wir jetzt vielleicht eine kleine Schneiderschance, weil der Kreuzbube gestochen wurde. Allerdings schade, wir werden nicht eingespielt. Das heißt, wir können uns Pik nicht versuchen, einen Stich hochzuspielen. Also schnell abschmeißen, jetzt natürlich stechen, nichts anmerken lassen und hoffen, dass die Gegner sich hinten raus dann beide irgendwie für Karo entscheiden oder hier irgendwie verwimmeln. Ja, war aber nur der eine Abwurf. Pik 10 zwar, aber ich glaube Spieler 2, ja, der hat jetzt einfach dann noch den Pik König. Also Spieler 1 trennt sich von Pik, weil er auch die Karo 10 hat. Gut, aber wir haben einfach in Gang gewonnen, sind am Tisch plötzlich vorne. Das Momentum scheint doch irgendwie so ein bisschen hier auf unserer Seite zu sein. Gegner mal 2 verloren. Ah, da kommt schon wieder der nächste Gang. Der scheint auch keine großen Sorgen zu haben, wenn er da gleich in drei Augen rein sticht. Drei Buben hat er. So, und mal wieder Kreuz von bis, oder wie? Ah, hier, mit Wimmelfinte. Ich habe es ja schon mir fast gedacht, aber ich habe hier nur wirklich genug volle, also da musste die Herz 10 rein. Ja, machen wir hier einen einzigen Stich mit der Karo 10, ne? Ist das nicht herrlich? Erst zu dritt mit König Lusche, Vierer, Zug, Kreuz und drei Bauern. War natürlich wieder ein Riesenapparat von Spieler 2. So, da haben wir einen Ansatz. Den würden wir gerne nehmen für 22. Ah, wir kriegen es nicht für 22. Auf 22, aufs Reizgebot, passen. Wenn hinten auch einen Peak spielen will, dann wollen wir es vielleicht doch nicht haben. Aber das Handspiel mit zwei blanken Königen und noch der Herz Lusche, das geht natürlich nicht. Gebe ich hier vier, fünf Stiche ab. Und, ja, kontrolliere ehrlich gesagt bestenfalls so drei volle, ne? Klar, mit ein bisschen Glück kann das auch gut gehen, aber als Handspiel ist mir der zu frivol. So, das hat er nicht, das hat er nicht. Ja, können wir mal raten, was er noch hat. Schönes Zwei-Farben-Spiel, ne? Sieben Trump wahrscheinlich mit drei Herzen wäre so jetzt mein Tipp. Deswegen lege ich auch hier nichts rein, soll er bei Herz 2, 2 ruhig nochmal abschmeißen und uns einen Stich schenken. Tut er aber nicht. Gut, warum sollte er auch? Als hätte er die Glaskugel stehen, dass die Herz 8 hier auch noch ihren Stich macht, du. So, alle zwischen 436 und 469. Also wirklich nicht viel los in dem Sinne am Tisch. Bisher können von den Punkten von daher alle noch zufrieden sein. Es ist natürlich weder viel nach oben noch nach unten passiert. Jetzt haben wir schon gleich Spiel 18, da willst du eigentlich schon deine 600 Punkte haben oder mindestens 500. Aber gut, wenn dann mal ein, zwei Päckchen Flaute ist, dann zieht die Schwerkraft oder auch die Mathematik dich natürlich gnadenlos wieder unter diesen Schnittbereich. So, 15 in Trumpf. Und das sieht nicht gut aus. Ist das Spiel wieder stark, zu stark in der Beikarte? Trumpf wieder, keine Schwäche. Da steht noch der siebte Karo. Das war schon zu erwarten. Ich muss Herzluge noch bedienen. Also, schon wieder ein Schneiderspiel. Spieler 1 robbt sich an uns vorbei. Ja, und auch dazu sagen wir vorsichtshalber erstmal nichts. Ja, das klappt auch. Er konnte es sich leisten. Schaut euch mal das schöne Ding an. So eine geschlossene Karte in allen vier Farben. Da kann man natürlich ganz lässig auch mal einen Buben ausspielen. Buben zusammen ist fast genauso Schneider. So haben wir wirklich nur diesen einen Sechs-Augen-Stich gemacht. Ja, die beiden ziehen davon und ich muss so ein bisschen abreißen lassen hier. Nichts zu wollen mit den Blättern. Wie beim Skat. Nächster Gang. Oh, der Abwurf 28. Das sieht schon so wie der Schneider verdächtig aus. Kreuz Dame gebe ich natürlich noch den Stich. Der Unterzug war wahrscheinlich aus dem Ast zu dritt. Kreuz Dame wird uns aus dem Schneider befördern. 42 oder sowas, ne? Ja. 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 So, das sind auch mal drei Bauern und eine Farbe frei in Vorhand. Gute Chance, den siebten Trumpf zu finden. Fünf Herzen für den siebten Trumpf. Noch drei Asse dabei. Herzass wird es vielleicht sogar ein Garten. Also ich glaube, 18 ist klar. 18 müssen wir halten, ne? Wir kriegen es für 18. Und okay, die Findung ist, ja. Also man kann nicht, man sollte nicht meckern. Wir haben den siebten Trumpf gefunden. Können wir acht Augen drücken und wenn Trumpf normal steht, also nicht alle vier dagegen, dann gewinnen wir meistens so mit 62, ne? Schnell überschlagen. 15 können sie in Trumpf machen. Pik Bube mit Trumpf Ass. 28 in Pik und dann nochmal 15 in Karo. Immer so diese Daumenrechnung. Sie sollten idealerweise in Karo nicht die 21 bekommen. Es sollte idealerweise nicht auf Pik irgendwie was verschmiert werden. Also natürlich kannst du den auch verlieren, aber gegen die Trumpf normal und Trumpfverteilung normal und sonstige Verteilung normal, wirst du das Spiel so zu 90 Prozent knapp gewinnen. Aber du wirst es gewinnen. Also ist meine Erfahrung, ne? Ganz oft das Blatt gesehen. Ja, und dann haben wir es. Vier Trumpf dagegen. Und damit geht die ganze Rechnung natürlich überhaupt nicht auf. Jetzt gebe ich zwei Trumpfstiche ab. Trumpf Ass macht einen Extrastich. Und diese drei Luschen. Also fünf Stiche in der Abgabe. Und das können sie ja gar nicht falsch machen. Also da habe ich null Verteidigung gegen diese vier Trümpfe in einer Hand. Das ist so ähnlich, als ob beim Nullu-Wer deine 7, 8, 9 Ass-Farbe zu viert steht. Damit ist das Thema erledigt. Chance zwar nur so bei 8 Prozent, aber 8, etwas, aber kommt eben vor. Also ja, hätte man hier nicht 18 sagen dürfen mit drei Buben und einer Farbe frei. Ich glaube schon. Man muss hier schon die 18 sagen oder halten. Man verliert sie halt mal. Und plötzlich ist die Serie wirklich mal wieder richtig übel. Ich kriege dann auch gleich im Anschluss hier mal wieder fünfmal die Königsbilder hier. Königsbildergalerie, Königdame. Ja, da nützen die beiden Alten dann auch nichts. Und wir stehen schon wieder beschissen plötzlich. Eben noch sah es ganz okay aus. Dann haben wir ein paar Spiele überhaupt nichts bekommen. Und dann haben wir einen Ansatz bei 18 gegen vier Trumpf. verkaspert. Jetzt geht es weiter mit wir kriegen nichts. Ja, und da wird das wohl die nächste sehr, sehr ernüchternd maue Liste werden. Gut, jaulen ist zwar immer gerne getan, aber hilft natürlich nichts. Kennen wir alles vom Skat. Man wünscht sich solche Serien natürlich jetzt nicht unbedingt in diesem Turnier. Ja, sagen wir es ganz ehrlich, in so einem Turnier wünscht man sich natürlich auch mal, dass die Karte so ein bisschen so mitspielt, dass man einfach die Muskeln spielen lassen kann, dass man ohne jetzt allzu viele Nerven zu verlieren seine Anteile so ein bisschen bekommt. Aber das ist halt nicht immer der Fall. Guck mal, Spieler 2. Der hat 2 an die Rübe bekommen und steht aber trotzdem da, wie Gott in Frankreich hat einiges an fetten Kranks hinterherbekommen. Hat super viele Spielanteile. Ja, und wir lassen das jetzt mal so ausklingen hier. Also solange man im Prinzip sich nichts vorzuwerfen hat und in der Serie habe ich mir nichts vorzuwerfen, solange kann man das nervlich, finde ich, auch gut verkraften. Ist halt einfach so. Wo nichts ist, kannst du nichts machen. Manchmal ist es ja auch schon ein Erfolg, in der Serie 400 Punkte zu erzielen, die ein anderer vielleicht nicht erzielt hätte. Ich werde immer nur dann ein bisschen, manchmal ein bisschen dünnhäutig oder übellaunig, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich Bockmiss baue. Deswegen kann man natürlich schon im Laufe der Serie so Sachen analysieren, aber man ist schon besser beraten, die Analyse zu vertagen, wenn das Turnier vorbei ist und man den Kopf dafür frei hat und sich hier nicht im Turnierverlauf selber schon irgendwo gedanklich für Züge niederzumachen, wo sich im Nachgang dann herausstellt, nee, eigentlich war alles in Ordnung. So, Spieler 1 kriegt auch noch eins ab. 800, 600, 300. Tja, guck mal. Jetzt haben wir hier nochmal einen Ansatz. Kriegen wir ihn? Diesmal kriegen wir ihn immerhin. Wir kriegen ihn bei 18. Das ist ja erfreulich, denn mehr als einen einfachen Karo war es auch nicht. Ich finde jetzt sehr gut den sechsten Trumpf und die Verstärkungskarte im Peak. Damit haben wir natürlich eine sehr gute Schneider-Chance. Keine fünf Trumpf, da ist das Spiel schon mal gewonnen. Drei Trümpfe fehlen noch. Wenn die nicht alle in einer Hand stehen, dann haben wir wohl einen Schneider hier. Also, wir krabbeln auch wieder über 400 Punkte. Das ist natürlich trotzdem wenig. Damit verlieren wir natürlich wieder an Boden. Das ist keine schöne Serie. Ja, und da, die 20 sind ja auch schon frivol, muss man sagen. Die sind ja auch schon gewagt, aber letztlich ein bisschen, was muss man tun? Hab halt nur die roten Farben. Hier hat er jetzt tatsächlich brillant drin gelegen. Hat die Durchsicht nachher gezeigt. Herzchen, Karo, Bube wäre ein Volltreffer. Mittelhand hat hier auch wirklich ein sehr, sehr dürres Peak-Spiel gereizt. Das ist manchmal dann auch so kleine, unglückliche Entscheidungen, dass er jetzt diesen noch mitnimmt, wo er vielleicht auch in der Ausgangskarte nicht mal 50 Prozent hat. Einfach auch nochmal die 20 hält und dann zweimal sehr gut findet. Ja, aber was soll's. Offiziell in diesem Moment weiß ich das natürlich noch nicht. Ich habe mein einfaches Herz gereizt. Und wir gucken uns jetzt diesen Peak an, der nach der Findung dann eben auch wieder zu gut war. Der sechste Trumpflach drin mit dem Buben. So, Herr 10 ist, glaube ich, dann wieder gedrückt, sodass hier meine Karo 10 noch ihren Stich macht. Aber da ist natürlich dann auch nichts mehr, was dazu kommt. Und das hätte auch nicht gereicht. Ja, und da sind wir also. 6,81. 6,0 von Spieler 1, Spieler 2. Zweimal verloren. Zwölf Spiele. Also 50 Prozent Quote hier am Tisch. Trotzdem die meisten Punkte, die Big Points sind an ihn gegangen. Ja, und wir haben nicht viel falsch gemacht, wenig bekommen. Einmal sehr glücklich diesen Krang sogar gewonnen. Diesen Herz gegen die vier Trümpfe verloren. 456, die zweite 400-Serie hintereinander. Das bedeutet jetzt nach 72 Spielen haben wir nicht mal ganz 2000. Also der ganze Vorsprung durch die sehr gute erste Liste ist komplett aufgebraucht. Wir sind jetzt bestenfalls so im Mittelfeld oder wir sind in den Niederungen des Turniers angekommen. Im Mittelfeld, muss man sagen. Und das nach drei von fünf Serien, also schon nach 60 Prozent der Strecke, ernüchternd. Und das bedeutet natürlich für die nächsten beiden Serien werde ich sehr wahrscheinlich mal ein bisschen die Risikofreude steigern, steigern müssen. Und ja, was dabei rauskommt, das seht ihr in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao. Ciao.